Eine ganz andere Sportart, die auch Spaß macht, ist Le Parcours. Du hast eine Strecke von A nach B und die musst du bestimmte Fortbewegungstechniken schnellstmöglich überwinden, ohne die Hindernisse dabei zu verrücken oder zu verändern. Höchste Körperspannung ist hier gefragt. Trainiert werden kann überall. Wirklich überall. Le Parcours ist also wieder zu deinen ganzen Körper der Anspruch. Sportarten, die in einer ganz anderen Richtung sind. Wenn Sie demnächst Leute an Bäumen springen sehen oder Brücken auf dem Geländer überquert werden, nicht wundern, es könnte die nächste Generation von Le Parcours in Neubrandenburg sein.